Fälle, die ich als Anwalt gesagt habe, das kann ich nicht mehr mitmachen, das war gar nicht im Strafrecht, das war vielleicht eher in einer Scheidung. Wenn ich zum Beispiel einen Ehemann hatte, der Geld auf die Seite getan hat und er sagt mir das, ich habe Geld auf die Seite, damit ich meiner Frau nichts bezahlen muss. Jetzt habe ich das Anwaltsgeheimnis. Ich kann jetzt nicht zu dieser Frau gehen und sagen, sie, der hat denn da noch Geld. Das kann ich nicht. Dafür musste ich sagen, das kann ich nicht machen. Ich kann das nicht teilen, ich muss das Mandat künden. Man kann das Leben nur kursfristig planen. Also diese langfristige Planung, zum Beispiel, wenn man jetzt mit 20 will Bundesrat werden, kann man sagen, vergessen, so weit raus. Ich kann schon als Jugendlicher, wenn es einmal geheißen, Spass haben. Das ist dann das Ziel des Lebens, Spass zu haben. Das habe ich wie immer zu wenig gefunden. Ein Lebensziel darf doch nicht sein, dass es einem einfach gut geht und dass man es lustig hat und dass man Spass hat. Das Interesse am öffentlichen Geschehen, vielleicht auch, ehrlich gesagt, am öffentlichen Auftritt, das hat mir immer gefallen und ich sage bei dieser Gelegenheit immer auch, das ist bei allen Politiker und Politikerinnen ein bisschen so. Schön, dass du zu uns extra zu Ende gekommen bist, Moritz. Freut mich sehr. Ja, ja, ich weiss jetzt noch nicht, ob es mich freut. Das kommt dann darauf an, was am Schluss rauskommt. Die erste Frage, die ich immer stelle, das machen wir auch in dieser Staffel so, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie fest würdest du sagen, bist du im Flow? Also sicher unter 5, weil es kommt ein bisschen darauf an, was so ein Flow ist und ich gebe es ehrlich zu, ich musste zuerst nachschauen, was das ist. Ich habe dann auf irgendeinen Philosoph gestossen, mit ganz vielen Konsonanten im Namen, sodass ihn sowieso nicht aussprechen kann. Und ich habe dann verstanden, dass Sigi so ein Glücksstrom, in dem schwimmt und das ist eigentlich bei mir nie so richtig der Fall gewesen. Also von daher, obwohl ich jetzt da bin und in diesem Studio, das ist wunderbar, aber gerade in einem Glücksstrom hinein schwimme ich jetzt also nicht. Dann hoffe ich, dass vielleicht wenigstens auf ein Steigen nach dem Gespräch, dass du ein bisschen mehr Glück noch empfindest. Also, würdest du für dich sagen, Flow oder so, wie du es jetzt nachgelesen hast oder herausgefunden hast, ist für dich gleich Glück? Ein Flow-Moment könnte die Situation sein. Also noch einmal, ich kenne ja den Ausdruck gar nicht. Ich müsste jetzt sagen, ich ruck... Hast du das noch nie gehört, Flow? Ja, jetzt, durch den Flow-Cast, das weiss ich jetzt, wo es ist und ich kenne jetzt auch die Adresse, aber Flow ist mir... Sonst müsstest du mir jetzt umgekehrt schnell auf die Sprünge halten. Ich versuche es immer so einfach wie möglich zur Klärung zu machen und zu sagen, Flow für mich, das ist meine persönliche Definition, ist, wenn ich eigentlich so fest in einer Sache bin, dass ich fast vergesse, auf das WC zu gehen. Aha, dann hätte es mit Glück gar nicht unbedingt etwas tun, sondern dass man sich identifiziert, dass es einem läuft gewissermaßen. So sagt der Fluss. Ja, ja, ja. Gut, also, wenn wir jetzt das Glück nicht reinnehmen, sondern dass man in einer Sache innen engagiert ist, das gehört sehr zu meinem Leben. Es hat auch zu meinen verschiedenen Berufen gehört. Es ist nicht immer gleich ausgebrochen, aber ich bin dann auch immer am besten aufgefahren. Und wenn ich mich mit etwas mehr identifizieren konnte, das, was ich selber wollte oder eine Rolle haben musste, die ganz wichtig war, dann bin ich im Fluss gewesen. Sehr schön. Da haben wir eigentlich schon eine super Definition gefunden für den Flow von Moritz Leuberger. Moritz, gehen wir ein bisschen zurück. Wenn du sagst, eben so ein bisschen im Flow, du bist mit dem Fluss dort auch gegangen, wann hast du das vielleicht für dich so erkannt? Oder wann sind die Momente, wo du sagst, ja, ab dort bin ich so ein bisschen wie zufrieden gewesen? Schon als kleiner Junge, bist du glücklich als Junge gewesen oder ist das so ein bisschen schwierig gewesen vielleicht als Kind? Also jetzt, eben, wenn wir wieder beim Glück sind, das ist jetzt nicht unbedingt, äh, ich habe schon als Jugendlicher, wenn es einmal geheißen, Spass zu haben, das hat mich wie gesagt, ist denn das Ziel, das Ziel des Lebens, Spass zu haben. Das habe ich, wie immer, zu wenig gefunden, habe gefunden, ein Lebensziel darf doch nicht sein, dass es einem einfach gut geht und dass man es lustig hat und dass man Spass hat. Und auch heute, also die Spassgesellschaft, das ist etwas, wo ich mich absolut nicht damit identifizieren kann. Wenn jemand etwas macht, weil er es gerne macht, weil er da drin einen Sinn sieht, aber eben nicht nur Spass, sondern einen Sinn sieht, dann habe ich Freude. Und ich finde jetzt eigentlich, wenn ich Kinder anschaue oder Jugendliche anschaue, die Hauptsache ist eigentlich, dass sie an etwas Interesse haben, dass sie sich für etwas interessiert. Und zwar nicht einfach nur für die eigene Lust gewinne, es kann vielleicht etwas Abstrauses sein, aber wenn sie dem nachleben können, dann habe ich das Gefühl, dann haben sie einen Lebenssinn und dann wird es ihnen auch gut gehen. Ich finde es noch schön, dass du gerade gesagt hast, eben so den Lebenssinn, hast du für dich wie einen Lebenssinn auch gefunden? Also gut, ich habe ja früher auch schon eine politische Ader in mir entdeckt. Also schon als Schüler habe ich damals, das gibt es jetzt heute nicht mehr, Leserbrief geschrieben. Also das ist gewissermassen eine öffentliche Einmischung mit einer Meinung. Ich habe es dann allerdings anonym gemacht, sodass mein Vater nicht daraus kam, dass ich das bin, der das schreibt. Aber das Interesse am öffentlichen Geschehen, vielleicht auch ehrlich gesagt am öffentlichen Auftritt, das hätte mir immer gefallen. Und ich sage bei dieser Gelegenheit immer auch, das ist bei allen Politiker und Politikerinnen ein bisschen so. Sie tun auch gerne ein bisschen sich selber in Szene setzen. Also ich will jetzt da nicht anfangen, sprüht, weil ich dann sage, ja, es geht um die öffentlichen Sachen und für die Allgemeinheit, Wohltätig. Ich meine es nicht so. Aber die Freude, vielleicht eine eigene Meinung rüberzubringen und andere damit anzustecken, das ist etwas, was ich immer gehabt habe. Darum hat man mir auch, ich habe immer gesagt, ich sei eigentlich ein Pfarrer. Und das habe ich also dann noch gehört, bis ich in den Bundesrat war, weil eigentlich hätte er doch, er wäre ein guter Pfarrer. Dein Vater war ein Pfarrer, oder? Ja, er war Theologe. Also streng religiös auch aufgewachsen? Nein, moralisch sehr, sehr streng, aber religiös nicht einmal unbedingt. Also wahrscheinlich Politiker. Man hätte also nicht wahnsinnig an der Liebe Gottes glauben müssen, aber man hätte moralische Regeln befolgen müssen, das schon, ja. Und dort ist auch, was kannst du so einer Regeln sagen, was ist zum Beispiel ein wichtiger Werk gewesen, wel dir mitgegeben worden ist? Ja, vielleicht eine gewisse Selbstkontrolle, dass man sich nicht lassen lassen kann, dass man sich beherrscht, dass man vielleicht Gefühle nicht zeigt. So Sachen haben halt ein bisschen dazugehört. Das ist ja heute, ich finde das interessant, heute in der jetzigen jungen Generation, ich bin selber auch nicht mehr so jung, aber wenn ich einmal lese, was die so auf Social Media Posten, denke ich, da geht es ja eben genau um die Sachen, die du vorhin gesagt hast. Also ein bisschen nur um Spass und einfach Friede, Freude, Eierkuchen, die du nicht unbedingt mitteilst, oder? Ja, also wie gesagt, das ist etwas, was wir nie hätten können und was mich schon früh abgestossen hätten, muss ich fast sagen. Aber heute, wenn du das siehst, jetzt, wo du ein bisschen älter bist, vielleicht ein bisschen weiser, du hast auch zwei Kinder, wie alt sind die, wenn ich fragen darf? Ja, da haben wir 50 Jahre alt. Sind die schon, die 50 Jahre alt? Ja, nur, dass wir das haben. Hei, 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 ich dachte, die sind noch viele jünger, aber das ist schon, weil du so jung halt ausgibst. Das sind Enkel, das sind Enkel. Sagen wir mal, beobachtest du das da dann auch, dass das irgendwie anders ist als zu deiner Zeit? Nicht an den Kindern und das abgesehen davon. Die will ich jetzt schon gar nicht zum Thema von einer öffentlichen Sendung machen. Es liegt mir auch fern, daraus eine Generationenfrage zu machen. Das hat es zu meiner Zeit ganz absolut genau gleich gegeben und ich meine, ich gilt als sogenannte 68er oder ich bin in den Jahren politisiert worden. Dort hat es eine Strömung gegeben, wo ich nichts damit zu tun konnte, wo mich abgestossen hätte. Das ist nämlich sich gehen lassen und Drogen ausprobieren und Sex ausprobieren. Es gibt heute Leute, die die Generationen mit dem identifizieren. Das war eine Strömung, die mir absolut nichts behakt hat. Also da bin ich der graue, protestantische, pünzlige Sozialdemokrat gewesen. Das war damals ein Schimpfwort. Und das ist auch bis heute so geblieben? Ja. Da hast du dich nie verändert oder gedacht, ja, ist eigentlich schon noch klar gewesen, ich hätte auch mal probieren sollen. Ja, grau, pünzlig, protestantisch und Sozialdemokrat und humorlos, ja. Ja. Du hast ja dann Rechtswissenschaft studiert und bist auch unterwegs gewesen als Anwalt und schnell selbstständig. Du hast eine eigene Anwalt. Ich habe sofort eine eigene Praxis aufgemacht. Also es ist ein bisschen vorlässig, ehrlich gesagt. Mit 26 habe ich eine eigene Praxis aufgemacht. Aber es ist ja dann sehr gut. Also du warst eigentlich gar nicht angestellt? Nein. In deinem Leben? Ah, ich war vorher am Gericht, da muss man etwas sein. Ja, also abgesehen von dem. Für das Anwaltsexamen muss man ein Praktikum gemacht haben. Aber das ist die einzige Anstellung eigentlich niemals gewesen, so zu sagen. Ja, gut. Das man kann sagen, nachher Regierungsrat, Bundesrat ist man auch angestellt, einfach als Regierungsmitglied. Vom Volk angestellt. Absolut. Und wie war das damals? Du hast gerade gesagt, ich mache mich selbstständig mit 26. Ist das Mut gebraucht? Ich habe ja ausstudiert, ohne zu wissen, was ich dann soll werden. Ich habe es ein bisschen studiert, weil dann der Lebensweg offen geblieben ist. Und als ich ans Gericht kam, habe ich eigentlich die Anwälte, die da plädiert haben, die sich da Freiheiten haben können, auch im Ausdruck. Mir ist immer alles korrigiert worden in den Urteilsbegründungen der Richter. Die habe ich ein bisschen benedet, auch für ihren Auftritt. Und habe dann sofort gewusst, ich will Anwalt werden. Und zwar meine ich forensischen Anwalt. Forensischen Anwalt heisst, der vor Gericht auftritt. Also ich bin nicht Wirtschaftsanwalt gewesen, der eine Aktiengesellschaft gegründet hat, sondern ich habe ihn vor allem verteidigt, aber ich habe auch gescheitert. Also Scheidungen geführt. Also wo man plädiert vor dem Gericht. Das hat mir gefallen. Das war mein Beruf gewesen. Und es ist ein bisschen mein Beruf geblieben. Es ist ein bisschen mein Beruf geblieben, bis auch als ich später Regierungsrat oder Bundesrat geworden bin. Es ist dann nur so, du hättest nicht einen Klient, oder? Vorher hättest du einen Klient, den musst du vertreten, damit er zu seinem Recht kommt oder das, was er glaubt, sei sein Recht. Nachher als Regierungsrat merkt man dann plötzlich ja, jetzt vertritt ich eigentlich ganze Gruppen. Also ich vertritt die Allgemeinheit. Und das ist dann nicht mehr so klar zu sehen, was eigentlich der Auftrag ist. Also ich kann da vielleicht sagen, mein Bewusstsein hat sich diesbezüglich entschieden bei einem Mordfall an einer jungen Pfadführerin. Ich war vorher Verteidiger, ich habe aber auch Opfer vertreten, also beides. Aber ich habe immer eine Person vertreten. Das ist relativ einfach. Nachher bist du Regierungsrat, Justizdirektor, und du musst sagen, ja halt, du musst für alle da sein. Du musst auch für die Opfer da sein. Du musst aber auch für die Straftäter, die auch bei mir angesiedelt waren im Gefängnis, die musst du auch gerecht behandeln. Und das ist dann sehr, sehr viel differenzierter. Aber ich habe mich eigentlich immer als das angeschaut, als Vertreter von den Betroffenen. Was mich noch mega interessiert, ist gerade so als Anwalt. Du hast Leute, die musst verteidigen, die vielleicht ein Seich gemacht haben. Ich frage mich immer, und jetzt kann ich sie endlich mal öfter stellen, wie ist das für dich gewesen? Du weisst vielleicht, der hätte ein Seich gemacht, oder hast du das gar nicht wissen wollen? Oder wie kann man sich so wie abgrenzen, ohne zu wissen, ich muss jetzt eigentlich ein Seich verteidigen? Das geht nicht so. Wenn einer, also du sagst jetzt ein Seich, das kann ja ganz schlimm sein. Das kann bis hin zu einem Tötungsdelikt gehen. Das steht ja dann aus der Diskussion. Dann muss man halt auch begriffen, warum hat er das gemacht. Und vor allem muss man das Gesetz anschauen. Ja, da gibt es jetzt eine Strafe. Und was ist die sinnvollste Strafe? Die sinnvollste für ihn. Und das ist es jetzt eben gewesen. Als Anwalt, da kannst du nicht einfach sagen, der ist unschuldig, oder der hätte es nicht gemacht. Das wird man ja oft gefragt, wenn du weisst, dass er Mörder ist. Aber das kommt in der Realität überhaupt nie vor. Höchstens ganz selten mal. Aber ein Täter, der wird nach unserem Recht bestraft. Die Frage ist aber, muss er psychiatrisch behandelt werden? Muss er verwahrt werden? Was ist für ihn am sinnvollsten und was ist für die Gesellschaft am sinnvollsten? Und als Verteidiger nimmst du dann seine Interessen wahr. Und wenn er sagt, ich will möglichst eine kurze Strafe, dann plädierst du auf eine möglichst kurze Strafe. Aber du sagst nicht, es ist gut, was er da gemacht hat, sondern du wirst vielleicht erklären, wie es dazu gekommen ist. Also Fälle, wo ich als Anwalt zum Beispiel gesagt habe, das kann ich jetzt nicht mehr mitmachen, das war gar nicht im Strafrecht. Das war vielleicht eher in einer Scheidung. Wenn ich zum Beispiel einen Ehemann hatte, der Geld auf die Seite getan hat und er sagt mir das, ich habe Geld auf die Seite, damit ich meiner Frau nichts bezahlen muss. Jetzt habe ich das Anwaltsgeheimnis. Ich kann jetzt nicht zu dieser Frau sagen, sie hat denn da noch Geld. Das kann ich nicht. Dafür musste ich sagen, hören Sie, das kann ich nicht machen. Ich kann das nicht teilen, ich muss das Mandat künden. Ich meine, die Folge ist, wenn er einfach zu einem anderen Anwalt gegangen ist, der Kulfer hat. Aber meine moralischen Bedenken, und auf die hast du jetzt angespielt, die sind eigentlich immer da gewesen, wenn jemand anderes zu Unrecht geschädigt wird. Das wäre jetzt ein Beispiel, Ehemann, der das Geld auf die Seite gegenüber seiner Ehefrau wert. Also hat es für dich nie Situationen gegeben, also hast du dich immer abgebrochen? Vielleicht, als du jünger warst, weiss ich nicht, ob du das auch schon konntest. Ich meine, es braucht ja vielleicht ein bisschen Mut zu sagen, hey, das mache ich jetzt nicht. das habe ich schon. Hast du das wahrgenommen können? Du bist niemals ins Bett und du denkst, der sei, wo ich jetzt da eile, ich mache das, ich habe das jetzt angenommen, ich muss da durch. Ist vielleicht auch später in der Politik so, man muss etwas vertreten, was mich nicht zu 100% sieht. Aber hast du nie schlaflose Nächte im Sinne von, ja, der sei, aber ich mache das jetzt fertig, ich habe angefangen. Ja, es ist jetzt halt auch lange zurück, aber die moralische Frage, ob es gerechtfertigt ist, eine solche Vertretung zu machen oder nicht, die habe ich mir immer gestellt. Und natürlich, es ist nicht immer, es ist nicht alles schwarz-weiss, es ist ja zum Teil auch grau. Und zum Teil kann man auch sagen, hören Sie jetzt, mein Klient, ich habe mit diesem Mühe, wie können Sie das rechtfertigen? Und da ist jetzt gerade mit verstecktem Geld und so, da ist hin und wieder etwas führen können. Ich sage, ich finde das nicht in Ordnung, was Sie da machen. Wissen Sie, das bereuen Sie später, und so weiter, und so weiter. Also, zu einer Vertretung als Rechtsanwalt gehört durchaus auch die moralische Diskussion mit dem Klienten. Ich weiss, es gibt Anwälte, die zum Beispiel in einer Verteidigung alles Aussage verweigern. Das war etwas, dass damals viele Anwälte einfach gesagt haben, ihr müsst die Aussage verweigern. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht mit, mit der Aussage verweigerung. Was bringt das? Ihr zahlt am Schluss viel mehr drauf. Es sind dann Helder gewesen, dass sie nichts gesagt haben, aber die Strafe ist noch viel. Es ist viel gescheiter, ihr sagt es und warum und so weiter, dann bekommst du eine mildere Strafe. Oder also, solche Diskussionen, die sind sehr intensiv mit den eigenen Klienten. Wie lange warst du Anwalt? 15 Jahre. 15 Jahre. Und erfolgreich? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Und das war eine intensive Zeit. Ja. Vermissst du dich auch in der Zeit? Ja. Schon? Ja, also ich kann jetzt nicht mehr Anwalt sein. Gut, es gibt schon solche, die wir sie hören. Ja, aber ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja nicht Wirtschaftsanwalt gewesen und ich bin Bundesrat gewesen oder noch denken, Leute, ich gehe zum früheren Bundesrat. Hat solche, heute noch? Also gerade heute Morgen ist wieder ein Brief gekommen, der will, dass ich ihn jetzt gegen 5G vertrete. Dann meinen sie dann, ja, der ist Bundesrat gewesen, der hat dann mehr Einfluss als alle anderen. Das geht nicht. Abgesehen davon, dass ich mich von 25-Jährigen für die Gerichtssekretär nicht freistellen lassen vorschreiben lassen, bis ich die Antwort mal geschrieben habe. Das kommt noch dazu. Du hast schon vorher angesprochen, Politik. 1969 bist du, glaube ich, der SV beitritt, wenn ich es richtig nachgeschaut habe. Zumindest so mal ich rufe dich. Ich schaue halt selber nicht immer nach. Dann hast du alles durchgemacht, Regierungsrat, Nationalrat usw. Und 1995 bist du dann Bundesrat geworden. Ist das, wo du in der Politik bist, auch ein Ziel? Nein. Oder wächst man da so dringend? Und zwar ganz ehrlich nicht. Und das ist gerade etwas, wo ich immer wieder, also ich werde ja irgendwann wieder vor Matura reden und so, werde ich gefragt. Man kann das Leben nicht dermassen langfristig planen. Und es ist so auch ein bisschen ein Zufall, ob man einmal Bundesrat wird oder nicht. Nein, das ist nie mein Ziel gewesen. Im Gegenteil, ich bin ehrlich überzeugt gewesen, ich will nicht Bundesrat werden, weil ich habe mich eigentlich so ein bisschen als Oppositionellen angeschaut. Ich habe schon als Anwalt, ich habe das immer vermischt, ich habe politische Fehler gehabt auch als Anwalt. Ich wollte eigentlich meinen Beruf nützen, um auf Missstände auch aufmerksam zu machen oder etwas durchzubekommen für Minderheiten. Im Parlament kann man das rhetorisch wunderbar, man kann tolle Voten halten, saftige Voten, lustige Voten und das ist natürlich immer, wie gesagt, auch eine Selbstdarstellung. Aber ich habe mich ans Dase angeschaut. Und erst, als ich schon ziemlich lange im Parlament war, bin ich Präsident von dieser Untersuchungskommission geworden, die die Fische entdeckt hat in der Schweiz. Das war ja ziemlich ein politisches Erdbeben und dort hat es bei mir gedreht. Dort habe ich irgendwie gefunden, ich kann doch nicht das Leben lang einfach nur Opposition machen, ohne einmal zu versuchen, selber zu verantworten. Ich habe nämlich auch dort gesehen, natürlich, es war ein Skandal, die Fische, aber ich habe auch die Bundesräte gesehen, die zwar verantwortlich gewesen wären, aber die haben das Zeug gar nicht angeschaut, weil sie es zum Teil gar nicht gewusst haben und nichts haben wollen, davor wissen. Auf eine Art habe ich das sogar ein bisschen verstanden, gesagt, ich kann jetzt nicht einfach nur mit dem Finger auf die zeigen, sondern da gehört dazu Verantwortung übernommen. Jetzt kommen wir ein bisschen auf das ganz vom Anfang zurück mit der Spassgesellschaft. Ich wäre zwar im Flow gewesen, immer eine fantastische Opposition zu machen und das hat mir für das Leben nicht gelangt. Und dort habe ich eigentlich entschlossen, mal, ich probiere in eine Exekutive zu gehen. Es war zu der Zeit, als ich mich entschlossen habe, zu kandidieren für den Regierungsrat. Und auch als Politiker bist du sehr erfolgreich gewesen, eben sogar Bundesrat geworden. Du bist, glaube ich, wenn ich es richtig nachgelesen, sogar mal der Lieblingspolitiker der Schweizerinnen und Schweizer gewesen oder Bundesrat. Ja, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Aber es ist gut, dass man das wieder einmal zeigt. Eben, siehst du. Man ist eben gleich als Politiker oder auch wenn man auf der Bühne ist. Ich laufe einmal hier durch die Wand mit all den Gästen, die da waren und frage mich manchmal, die Leute, die in so eine Sendung kommen oder in der Politik sind oder auf der Bühne, sind wir alles ein bisschen Narzisten? Ja. Würdest du sagen? Ja. Noch einmal, also Politiker, die sich sagen, ich mache es nur für das allgemeine Wohl, dann glaube ich das schlicht und einfach nicht. Die Selbstdarstellung gehört ein bisschen dazu und das ist nichts Schlechtes, das darf auch so sein. Man bringt sich, man bringt die eigene Person auch ein. Man verkauft ein politisches Anliegen auch mit der eigenen Person. Natürlich muss man da ein Gleichgewicht finden. Es gibt Politiker, die sehen überhaupt nur noch sich und alles andere nicht. Das darf man ruhig sagen, Trump und Bolsonaro. Lehrer. Aber, aber, dass es einem selber auch gefällt, diesen Beruf zu machen und sich mitzuteilen, das gehört dazu und das darf auch so sein. Ja. Du würdest sagen, du bist aber nie so wie war, dass dich nur noch selber gesehen hast. Das allerdings würde ich jetzt schon für mich in Anspruch nehmen. Also, ich kann mir bevorstehen, wenn du in dieser Rolle bist, plötzlich, und irgendwie, ich weiss nicht, die Leute haben wahrscheinlich mehr Respekt vor einem, gerade wenn man im Bundesrat ist. Das ist nochmal ein bisschen anders. Dass man vielleicht auch das Bild gar nicht mehr so richtig sieht. Weisst du, plötzlich bin ich einfach so wie für alle der Hero. Nicht? Ich weiss nicht, ob es eine genaue Antwort ist auf das, aber etwas habe ich eigentlich auch erst später gemerkt. Es gibt viele Politiker, vor allem in der Schweiz, die sagen, Macht, ich habe überhaupt keine Macht. Ich bin nur einer von 200 im Parlament und ich bleibe immer in der Minderheit und so in diesem Stil. Und das stimmt eben nicht. Allein schon, wenn man als einer von 200 im Parlament ist, hat man eben mehr Einfluss als jemand, der nicht im Parlament ist. Und man könnte auch bei den Bundesrat sagen, ja, Kollegialsystem, ich selber, bin unterliegend. Man hat einen sehr grossen Einfluss. Und das gehört einmal dazu, dass man das realisiert. Ich habe Macht über andere Leute. An einer Sitzung, wenn du als Bundesrat eine Sitzung leitest, hat es sehr viele Leute, die Respekt haben und sich vielleicht etwas nicht getraut zu sagen. Und das gehört einmal dazu, dass man weiss, ich habe Einfluss und ich darf die anderen nicht einfach überfahren. Und gerade wenn man eine Sitzung leitet, ist es wichtig, dass man zum Beispiel sieht, an der Mimik sehe ich, der ist mit dem nicht ganz einverstanden. Er streckt aber nicht auf. Dann muss sagen, was meinen sie? Ich sehe, dass sie offenbar nicht ganz sagen, sagen sie es, damit man den führerholt. Das gehört zu einer demokratischen Meinungsbildungsfindung. Das klingt gut, aber es kann man wahrscheinlich nicht immer einhalten. Das hat sicher der eine oder andere gegeben, der gesagt hat, lassen wir den sprechen. Nein, das würde ich nicht sagen. Also hast du wirklich versucht, jeder ernst nehmen, der ganz längst Ich nehme das aber auch nicht nur, als ich sage, nicht ich bin der sicher, der das gemacht hat. Das macht das die meisten Bundesräte, weil sie das sehen. Wir sind da nicht eine Diktatur, die einfach einen vorangeht. Es rächt sich nämlich immer. Bei uns wollen wir ja immer Minderheiten mitziehen und wir wollen auch andere Meinungen aufnehmen, zumindest hören. Das heisst nicht, dass man diese übernimmt, aber man kann ihm vielleicht erkennen, du hast jetzt das und jenes nicht gesehen und wenn er das akzeptiert, der Beschluss gefällt wird, würde man den überfahren, den Reitern eben nichts. Von daher schaue ich diese kollegiale Vorgehensweise, nicht nur intern im Bundesrat, sondern in Kommissionen und bei Vernehmelassungen als etwas Zentrals für unsere Demokratie an. Du hast vorhin angesprochen, man hat Macht als Politiker, wie ein Fan, als du aufgehört hast oder nicht mehr Bundesrat war, hast du noch gemerkt, du hast die Macht eigentlich wie immer noch. Von der Wahrnehmung zumindest. Ja, ich habe Präsenz und Respekt und im Gegenteil, es ist fast noch besser als vorher, weil jetzt kannst du niemandem etwas zu leiden, das sind alle ganz lieb. Und die, die einen auf der Latte haben, die sprechen einem nicht an, also dadurch geht es einem sehr gut. Aber faktisch hat man natürlich diesen Einfluss nicht mehr, aber das muss auch so sein, und das wissen wir auch alle. Wir wissen alle, wir treten dann mal zurück, der Ueli Maurer ist jetzt zurückgetreten, also jeder tritt einmal zurück, und dann gehen wir halt ins zweite Schritt. Reden wir gerade von deinem Rücktritt, du warst ja dort 10 Jahre Bundesrat 15 Jahr länger als Ueli Maurer. Das ist noch wichtig, dass du das gesagt hast. Du hast ja die legendäre Rede mit Wir treten auf, wir spielen, wir treten ab, ich habe die extra noch mal geschaut, hast du in dem Moment noch mal sagen, aber ich glaube du hast es auch schon mal erklärt, das Ganze war für dich nur eine Bühne? Das wollte ich nicht, ich habe etwas aufgenommen vom griechischen Theater, das eigentlich für das Leben gemeint ist, wir treten auf, wir spielen, wir treten ab, also es stört eigentlich den Tod. Ich habe jetzt einfach den Spruch aufgenannt und auf die Politik Nein, du bist jetzt nicht der Einzige, sogar Michael Herrmann, der grosse Politologe, hat sich ein bisschen gestört, dass ich diesen Eindruck vermittelt habe, das Ganze sei für mich nur ein Spiel, so habe ich das eigentlich nicht gemeint und ich glaube auch nicht, dass es alle Leute so empfunden haben, aber ich bin froh, dass ich das noch einmal korrigieren. Ich habe nur gedacht, wenn man schaut, was du in den letzten Jahren schon gemacht hast, zu dem kommen dann nachher noch, würde das ja eigentlich schon noch gut zusammenpassen. Ja, ich sage auch immer, Theater und Politik haben sehr vieles gemeinsam. Es geht ja darum, dass eine politische Überzeugung, die man hat, dass man diese überbringen will. Bei uns besonders, es gibt nachher Volksabstimmung, das heisst, man muss als Politiker. Die Leute überzeugen. Und dazu kann man nicht nur wahnsinnig rational und gescheit etwas sagen, sondern da gehört immer ein bisschen das Herz und das Gefühl und vielleicht auch die Symbolik dazu. Viele Politiker haben das immer wieder gebraucht. Der Pfarrer Sieberg ist auch schon ein Zeitpunkt her, der mit Bildern im Nationalrat gearbeitet hat und mit dem Esel umgegangen gelaufen ist und auch eine politische Mission hatte. Im Theater ist das gleich. Da wird ein Stoff, ein Anliegen von einem Autor übergebracht, indem man spielt und das durch Figuren darlegt. Von daher gibt es eine enge Verwandtschaft zwischen Theater und Politik. Es ist kein Zufall, dass zum Beispiel Vaclav Havel, Präsident der Tschechoslava Kei und von der Tschechischen Republik. Er war vorher Theaterautor. Auch er hat Theaterstücke geraten, hat den Präsident beraten. Sehr viele Kinder von Politikern wurden Filmschauspieler, von Willy Brandt zum Beispiel und so weiter. Das ist oder Sohn von Kurt Furkel. Das ist kein Zufall die beiden Kommunikationsformen sind miteinander verwandt. Ich habe ein paar Videos angeschaut und ich habe keinen Psychologe versucht zu analysieren und habe gedacht, hast du das einmal einfach so locker genommen? Du kommst locker rüber, manchmal hast du schon fast ein bisschen Declone gemacht oder ein bisschen provoziert und dann habe ich gedacht, hast du das einfach auch für dich gesagt, das ist eh für mich wie eine geile grosse Bühne und darum konnte ich das auch so gelassen nehmen. Ja, aber es gibt den Tonfall war zum Teil auch, ich mache immer nur einen sauren Stein und der Mürgel und das höre ich heute noch also wenn du jetzt über mich etwas schreibst, hast du immer Termise oder irgendein Schlenkermuss. Frage ist, ist das auch schon eine Rolle gewesen, dass du das extra gemacht hast? Oh, das ist so ein bisschen wirklich gespielt, jetzt tue ich den Aufmüpfig. Das kann man nicht so trennen, das ist natürlich zum Teil gespielt, aber oft kommt dann auch wirklich man muss sich eben mit der Rolle identifizieren und auf etwas wird ja auch viel angesprochen, das war das Jahr mit lauter Katastrophe. Ich meine, dort bin ich in meiner Rolle dann insofern aufgegangen, als ich die Betroffenheit der ganzen Schweiz zum Ausdruck bringen musste, die schlimmen Gefühle in Wort kleiden, das ist auch eine Rolle, aber mit Gabarett oder Lustig hat es dann nichts geringstes zu tun. Aber dann habe ich mir nicht gesagt, so und jetzt habe ich die und die Rolle und das muss ich jetzt und so machen. das geht unbewusst. Man fühlt natürlich, ich habe jetzt eine riesen Verantwortung und dann nimmt man die wahr. Und von daher ist es eben vielleicht, ja, es ist dann nicht ein Schauspieler, der jetzt vom Regisseur eine Anweisung bekommt, wie er es machen muss, sondern einer, der wirklich selber in diese Rolle hineinschlüpft. Und dann hat es natürlich wieder andere Sachen gegeben, die ich ein bisschen gelohnt gemacht habe, aber dort, wo ich gelohnt gemacht habe, hat man auch gewusst, wer das Publikum ist und hat auch gewusst, zum Teil wird durch den Humor, der um ein ernstes Anliegen herum aufgebaut wird, erleichtert es dann das ernste Anliegen auch durchzubekommen. Die Leute wissen dann vielleicht gar nicht mehr, was zu anliegen ist, aber es war so lustig, ich stimme wie er. Also ein bisschen abkürzt, aber das gibt es eben auch. Aber hast du dich dann auch auf die Momente, wo hast du können, wie vorbereitet ich gehe jetzt in diese Rolle hinein oder ist das wie spontan, das passiert einfach? Ja, es gibt einiges, was spontan ist, das sind wir aufgeladen, aber im grossen Ganzen nichts. Selbstverständlich alle vorbereiten auf wichtige Auftritte, man hat ja dauernd Auftritte, es sind nicht alle gleich wichtig und es ist dann auch noch so, dass sich vielleicht im Hinterkopf gewisse Reaktionen speichern und dann plötzlich kann man sie abrufen. Es ist nicht alles total spontan. Also zum Beispiel später, als ich da in Bernhard-Martinex war, der Harald Schmid war auch mal bei mir und wir haben auch darüber geredet und er beispielsweise, er hat, ich sage jetzt, die Zahl stimmt vielleicht nicht genau, aber er hat irgendwie 200 wahnsinnig lustige Antworten im Hinterkopf parat und je nach Frage, wo kommt, zack, kann er die abrufen und dann denkt man, er ist wahnsinnig spontan, aber in Wirklichkeit ist das alles gespeichert und wird dann im und das geht dann vielleicht jedem, ich muss immer noch sagen, Politikerinnen auch und Politiker geht das eigentlich ähnlich. Aber hast du das jetzt nicht speziell vorbereitet oder irgendein Trainer genommen, irgendein Schauspieltrainer, der dir das beibbracht hat? Nein, 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 nichts so. Oder zum Beispiel, es hat ja auf meiner Website, ist das ein kurzes, ganz kurzes Video, das ist, das Fernsehen hat es ein paar Mal gezeigt, wo ich verrückt werde, weil ein Parlamentarier von der SVP, wo ich rede, schüttelt der Kopf, um zu zeigen, dann sage ich, ja, sie schüttelt jetzt wieder den Kopf, na gut, macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Und natürlich grosses Gelächter und immer noch werde ich gefragt, hast du das spontan gemacht? Jetzt muss ich sagen, ich habe es dort schon spontan gemacht, aber ich habe das schon einmal als Antwort mir zweckgezimmert. Und im richtigen Moment kommt es dann einfach raus, einfach so zum Erklären. Ja, okay, gut. Du bist ja auch eine grossartige, äh, also hast du grossartige Reden gehabt, hast du sogar eine Auszeichnung mal bekommen, glaube ich, für die beste Rede im deutschsprachigen Raum. Hast du die auch selber geschrieben, vorbereitet, oder hat es da noch einen Co-Autor gegeben? Nein, die Reden habe ich selber gemacht. Immer? Jetzt muss ich aber sagen, was das heisst. Das heisst, diese Reden habe ich einen Entwurf geschrieben und habe das dann ein paar Leute gezeigt. Und da sind zum Teil, haben sie gesagt, das stimmt nicht ganz sachverhaltlich, oder dort haben sie gesagt, ja, das würde ich jetzt nicht sagen, dass der Schuss hinten raus kann, das kann man nicht recht verstehen, oder, wie bei einem lustigen Beispiel haben sie gesagt, ich wüsste auch noch eins, also so. Und dann kam das wieder zu mir zurück. Also, natürlich, ich habe sie alleine gemacht, aber ich habe nachher andere konsultiert und verbessert. ja, und da gibt es, in diesem Beruf als Bundestrager, gibt es auch Momente, die so spontan sind, wo man schnell reagieren muss, wo du einfach einen Zettel rüberkommst und dann musst du den quasi runterlesen, weisst du gar nicht, was drin steht. ja, doch, doch, also, das habe ich jetzt einfach nicht gemacht, aber das wird gemacht. Also, ich meine, das grösste Beispiel ist das vom März, wo auch immer angeschaut wird mit dem Bündner-Flecht. Dann liest er einen Text runter und er mit der Zeit verjagzen vor Lachen über den Text, den er vorliest, weil er ihn vorher noch gar nie gelesen hat. Oder? Also, das ist so ein Beispiel. Das habe ich jetzt eben nicht gemacht. Ich habe nicht die Sachen abgelesen, die ich... Ich habe sie immer... Es gibt natürlich viele Sachen, vor allem, wenn es so technische Sachen sind mit Verordnungen und... wo einem die Fachleute etwas geben. Aber das habe ich immer vorher gelesen und es wie übersetzt. Meistens ist es nämlich eine Fachsprache. Oft habe ich es gar nicht verstanden und ich habe es nachher übersetzt, dass ich es selber wenigstens verstanden habe. Und das macht es dann eben auch aus, dass es besser rüberkommt, weil es dann die Leute, die es genauso wenig verstanden hätten, wie ich es auch besser verstehen. Okay, alles klar. Bist du, würdest du sagen, oder hättest du auch können, wir haben jetzt so ein bisschen vorhin über das gesprochen, Schauspiel, Vorbereiten, würdest du in allem jahrelang sagen, hättest du authentisch sein während der politischen Karriere oder eben es ist wie die Rolle gewesen? Also wie viel war wirklich Moritz Leuenberg als Mensch und wie viel die Rolle? Wenn ich in der Öffentlichkeit oder vor dem Parlament geredet habe, dann bin ich sicher authentisch gewesen. Das ist aber nicht immer nur positiv. Viele haben eben gefunden, es ist ein Double, dass er das... Also das ist jetzt nicht, das ist gar nicht ein grosses Lob. Aber es gibt andere Momente, wo man eben nicht authentisch sein kann. Und das ist dort, wo man wegen unserem Kollegialitätsprinzip im Gremium in der Minderheit bleibt. Und das ist mir eigentlich am Schluss alles wie mich passiert. Gerade zum Beispiel beim Bankengeheimnis damals, ich nicht nur einfach gegen die Linie war, die der Bundesrat gefahren hat, sondern auch aktiv eingebracht hat, wie man es könnte machen. Ich bin unterlegen und dann habe ich aber das stützen müssen. Das kann man eine Zeit machen, aber nicht das ganze Leben lang. Das ist jetzt sagen. Jetzt habe ich gesagt, Bundesrat und Kollegium. Aber es ist auch gegenüber den Medien ein bisschen so. Man muss immer, dass ich immer daran denken musste, wenn ich jetzt den Satz so sage, könnte mir anders ausgelegt werden, als ich es eigentlich meine. Und zwar bösartig, indem man etwas anderes wegschreibt und so eigentlich die ganze Zeit Selbstzensur macht, damit man nicht Marktschreier ist, vom einen oder vom anderen Medium bewusst falsch verstanden wird. Das hat mir immer mehr Mühe gemacht und war ein von den Hauptgründen, den ich zurücktrete. Ich bin nicht der Einzige. Aber das hält man nicht für das Leben lang aus. Und sogar nachher, als ich schon längst zurücktrete, ist es auch wieder passiert, dass eine Aussage von mir, die vielleicht differenziert war, nachher abkürzt verdrillt worden ist, etwas völlig anderes gemacht worden ist. Und mit dem ist man zu anderen Politiker und die sagen, grauhaft Spinnen, dabei habe ich es gar nie gesagt. Das ist mir mehrmals auch jetzt wieder passiert. Und manchmal denken man, ich gehe gar nicht mehr. Es wird sowieso nur alles gedrillt, wenn es ehrlich sei. Ja, die Gefahr besteht. Ich kann sagen, das ist auch extrem anstrengend, wenn man weiss, das könnte passieren. Ja, vor allem weil es immer die Schere im Kopf führt zu einer Selbstverleugnung. Es ist auch schade. Ich finde, es gibt eben nicht nur schwarz und weiss. Es wäre gut, wenn man etwas differenziert abwägen könnte. Sowohl als auch. Und wenn nur der eine Teil kommt und der andere sagt, du hast nichts, dann bist du eigentlich schon verschossen. Jetzt sind wir gerade beim Thema mit dem Lügen, das du rückblickend gesagt hast. Du hast selber dich bewacht, dass ab und zu lügen oder gelogen wurde. Ja. Und du hast sogar ein Buch geschrieben. Ja, es ist eben so, ich habe zuerst ein Buch geschrieben, Lüge, Liste und Leidenschaft. Dort habe ich eigentlich die These vertreten, es gibt eine Politik, die man nicht lügen. Und das habe ich natürlich geschrieben als Bundesrat. Und eben, ich war auch in dieser Rolle und in meiner eigenen Rolle gefangen und von dieser überzeugt. Und das war meine Absicht. Es stand nämlich in einem Buch von Peter Vonmatt der Politiker muss lügen. Und das hat mich beleidigt. Aber nein, ich lüge doch nicht. Und jetzt, nach dem Rücktritt, habe ich eigentlich auf das Ganze, mit einer anderen Distanz, nicht mehr befangen von meiner eigenen Rolle geliebt. Und dann habe ich gesagt, ja, verreckt, das stimmt eigentlich gar nicht. Dort bin ich ein bisschen, dort habe ich auch nicht unbedingt das gesagt, was ich gedacht habe, damit ich meine Anlieger durchbekomme. Und alles wie mehr habe ich so entdeckt. Und ich muss sagen, ein aktiver Politiker kann nicht nur mit der absoluten Wahrheit fungieren. Gibt es ein grosses Beispiel, ich kann sagen, und nicht das, mit der UNO. Das hast du einem schon ein paar Mal gesagt, UNO und CO2-Gesetz, dort hätte du auch lügen müssen. Ah, ja, ja, ja. Gibt es noch etwas anderes Grosses, wo du sagst, ja, rückblickend, das scheisse mich fast an, habe ich das gemacht? Das gibt es, aber das kommt mir jetzt gerade nicht in den Sinn. Es ist nicht, dass ich es nicht sagen will, falls im Gespräch plötzlich wieder draufkommt. Ja, ich habe sogar einige solche Beispiele auch schon jetzt in neue Reden gebracht, aber jetzt bin ich gerade ein bisschen wie blockiert. Entschuldige. Es fläht gerade nicht so. Es fläht gerade nicht so. Ja, vielleicht kommt es dann noch. Und da war auch so, der Vater war ja auch einer der biblischen Wert ist auch du sollst nicht lügen. Wie fest hast du das mit dir vereinbaren? Ja, ich muss jetzt einfach darauf hinweisen. Das ist dann nicht nur in der Politik. Ich würde eher sagen, in der Politik ist es fast noch weniger. Im Privatleben lügen wir alle massiv. Ich war Scheidungsanwalt nur als Stichwort. Wir lügen in der Geschäftswelt, in der erbarmungslose Konkurrenzkampf zum Teil herrscht. Also die Lügenkultur nur auf Politik zu fokussieren wäre komplett falsch. Es gibt verschiedene Lügen. Es gibt solche harmlosen eben, sagen wir mal, das ist das Schmierfett. Ein soziales Schmierfett kann die Lüge sein. Zum Beispiel bist du noch immer eingelassen und es gibt ein grauener Regen zu essen und du sagst auch mal nicht, das ist grauener Regen. Sagst du mal, das ist gut, danke, das ist interessant. Und das gibt es in der Politik genau gleich. Du musst vielleicht international mit einem Gegner oder jemandem, den du verrachtest, reden. Jetzt all die, es ist schon eben, ein Foto von Gassis, das er Lavrov die Hand gibt. Ich meine, wir können uns denken, was er, was unser Bundespräsident Gassis von Lavrov findet. Aber er kann dort eben nicht sagen, ich gehe ihm jetzt sagen, naja, ich sage jetzt nicht was. Aber das wissen wir ja alle. Also die zwischenmenschlichen, die zwischenstaatlichen Beziehungen, die zwingen uns auch mit der eigenen Überzeugung von Waren zurückhaltend umzugehen. Aber gibt es Grenzen, würde ich sagen. Es gibt ja sicher Politiker, die grenzenlos lügen, ohne jetzt seinen Namen zu nennen. Und dann solche, die vielleicht eher sagen, ja, Ehrlichkeit ist mir schon noch wichtig. Ja, Ehrlichkeit ist, das Vertrauen ist vor allem wichtig. Und für mich ist im Moment, ich tue an dem immer ein bisschen rumhierne, ich habe die Meinung auch etwas geändert, aber für mich ist eigentlich das Kriterium, kann man nachher nach der Schlacht zu dieser Falschaussage stehen, ja oder nein. Und das hatte ich öfters, dass ich etwas nicht sagen konnte, aber mir überlebt hat, wenn das vorbei ist, sagen wir mal die Vertragsverhandlungen bei den Bilateralen, wenn das vorbei ist, kann ich nachher den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erklären, ich das nicht sagen, weil sonst wusste ich, das gewusst und bei den Bilateralen war das so, wenn es um die Lastwagensteuer geht, dann sagt man natürlich, nein, wir gehen nie unter das und natürlich weiss ich im Kopf, dass wir darunter gehen, aber wenn ich das offen sage, in unserer Demokratie, unsere Stimmbürgerin, dann wissen es auch Vertragsgegner, also kann man es nicht, also Transparenz in Vertragsverhandlungen kann man gar nicht immer machen, also ist man zwungen zu einer Lüge, wenn ich jetzt also später den Stimmbürger kann sagen, damit ich das und jenes erreichte, habe ich euch kurzfristig etwas anderes sagen, dann begreifen sie das und dann ist das Vertrauen trotzdem noch da, aha, darum hat er es nicht gesagt und so bin ich eigentlich auch immer vorgegangen, immer, wenn so eine Situation da war, habe ich meine Umgebung, also ich meine mein Stab im Bundesland, können wir das später so erklären, dass man uns das verzeiht und findet das ist nötig gewesen und wenn man das hätte können, dann hat man sich getraut. Also von daher ist es nicht einfach die totale Unehrlichkeit, oder es ist, es ist zu vertrauen, zu vertrauen darf man nicht unterfüllen, weil Politiker, die dann systematisch einfach lügen, damit es für sie einfacher ist, die unterhöhlen das Vertrauen und die sind dann auch nicht mehr glaubwürdig. Ja, ich finde einfach, es ist auch für uns irgendwie eben, oder für eine Abstimmung, du wählst, du gehörst, die eine Seite, die sagt, das ist knallhart so, die andere Seite sagt, es ist knallhart so und du musst wie beurteilen, irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit sein, sei es jetzt, wo auch immer, das ist auch mal schwierig. Ja, das ist schwierig und dort muss man immer sagen, was wichtig ist, das Sachverhalt und die Meinung auseinanderzuhalten. Wie das Erste ist, schon als Anwalt, ist das wichtig, was ist das Sachverhalt, das kann man beweisen, da kann man darüber mit Zahlen, kann man stimmen, was stimmt nicht und nachher, das Zweite ist, was finden wir jetzt über die Auswirkung, ist das eine richtige Auswirkung oder ist es eine falsche, und über die Meinung kann man dann leichter miteinander diskutieren, wenn man diese Trennung mal gemacht hat, das ist für mich fast das Wichtigste und vielleicht auch ein bisschen geprägt als Anwalt. Es gibt auch, früher im Journalismus ist das auch, ist das eine Regel gewesen, dass man soll die Facts und die Kommentare auseinanderhalten und nicht einfach total vermischen und verwerben ist natürlich heute keine Regeln mehr, aber früher ist das eine gewesen. Es ist überall auch schwierig geworden, ich meine, zu jeder Studie haben wir fast eine Gegenstudienfasche, oder? Ja, das kommt noch dazu, eben, es ist gar nicht so einfach, wenn man das Sachverhalt hat, aber immerhin, es ist einfach als Grundregeln. Würdest du sagen, ein gutes Rezept ist immer, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte? Nein, das ist ein netter Spruch, aber das ist absolut nicht so. Und was heisst die Wahrheit? Es gibt zum Beispiel, man hat immer gesagt, der Kommunismus ist eine Lüge, oder man hat auch gesagt, der Kapitalismus ist eine Lüge. Das ist nicht so. Es ist eine Meinung, es gibt eine Meinung, ob jetzt das eine Gesellschaftsform ist, die gerecht ist oder nicht, verwirklicht werden kann oder nicht. Und über die Meinung kann man sehr wohl sprechen. Man könnte sagen, das eine ist die Wahrheit und der andere ist eine Lüge. Von daher, auch da wieder die Trennung von, man müsste eben dann, zuerst müsste man sagen, was versteht man unter Kommunismus und das eine ist eine Utopie und das andere ist eine gelebte Realpolitik, die eine graue Folge war und wo Minderheiten aufs Schlimmste unterdrückt worden sind. Das müsste man ja alles auseinanderbeineln, bevor man gerade mit der grossen Wahrheit und Lüge kommt. Ich habe mir gleichzeitig überlegt, solange ja eigentlich genug Leute daran glauben, ist es wie eine Wahrheit für die. Es gibt vielleicht gar nicht so diese Wahrheit. Weil die eine ist ein anderer wie meine. Das ist richtig. Und insofern muss man auch sagen, dass wir alle immer ein bisschen in einem Fluss vom Zeitgeist schwimmen. Auch bei mir hat sich da zum Teil einiges geändert. Es gab einmal einen Zeitgeist von der Liberalisierung und der Meer ist auch liberalisiert worden. Übrigens auch das Strommarktgesetz, wo man jetzt sieht, das hat zwar zeitweise zu Verbilligungen geführt, aber jetzt führt es wieder zu wahnsinnigen Verteuerungen. Wir alle sind ein bisschen geprägt vom Zeitgeist, in dem Meer schwimmen und das wäre jetzt ein gesellschaftlicher Flow gewissermassen, welcher sich dann auf das Individuum überträgt. Das war ja schon fast ein schönes Schlusswort. Ich würde noch schnell über das Heute reden. Du bist eben später auch auf der Bühne gestanden im Bernhard-Theater. Gibt es das noch? Lauft es noch? Wie hat sich das entwickelt? Das hast du sicher fünf Jahre gemacht? Ich habe es mehr als sechs Jahre, fast sieben Jahre gemacht und habe dann sofort aufgehört. Und du bist als Kabarettist und Moderator unterwegs gewesen? Als Moderator. Als Moderator. Und meine Beiträge waren zum Teil einfach humorvoll. Aber ich bin kein Comedian. Ich war Moderator und hatte Gäste, mit denen ich geredet habe. Das war noch ziemlich eine Umstellung. Als Bundesrat bin ich es gewöhnt, interviewt zu werden. Antworten konnte eigentlich schon geben, aber es ist noch ein bisschen eine Umstellung, bis man Fragen stellen kann, ohne sich selber zu fest in den Vordergrund zu schieben. Ich habe ein paar Videos gesehen und ich musste oftmals Schmunzler sagen und habe so gedacht für mich, ich glaube, da ist Moritz eigentlich in seiner Rolle und im Flow. Das passt dir irgendwie? Ich habe das gerne gemacht. Ich habe das gerne gemacht, weil ich habe natürlich auch eine Gemeinde in der ich ungeschminkt sagen konnte, was ich denke. Zum Beispiel über Gender-Fragen, da konnte ich mich in meiner Art darüber lustig machen. Würde ich das schreiben oder auf Social Media, dann hätte ich den Schittsturm. Aber die Gemeinde von 440 Leuten pro Sonntag haben die doppelte Ironie auch sehr gut gemerkt. Eben sehr ironisch unterwegs. Gibt es da eine Fortsetzung? Läuft das noch? Macht das wieder? Ich bin jetzt nicht mehr am Bernharden Theater. Aber ich habe einige Anfragen und ich überlege mir auch, ob ich in anderer Form wieder etwas machen soll. Was machst du heute so? Was ist so? Ja, ich bin ja Flowcast. Abgesehen vom Flowcast? Ja, ich habe jetzt einfach nicht mehr so, ich werde gefragt, zu reden und ich halt doch wieder rede oder Moderationen auch fachlich oder wenn es irgendein Buch vorgestellt wird oder so. Das sind so verschiedene Auftritte, nicht mehr so viel wie früher. Das ist so. Es hat auch viel weniger solche Veranstaltungen seit Covid. Das ist eindeutig. Ich präsidiere noch eine Stiftung, höre aber auch mit dieser auf. Hey, oi, ich bin es natürlich auch. Ich muss ein bisschen abbauen. Aber man darf es ja glauben, es steht ja immer als 76 aber sehr fit. Wie haltest du dich daran? Ja gut, ich bin nur gesessen. Nein, ich bin nicht so auf. Ja, aber die Stegen bist du schön aufgelaufen hier im zweiten Stock. Ich bin fast mehr müde. Wenn das noch der Fitness beweis ist, dann hoffe ich es noch Das ist ein kleiner Test, wie viele Sekunden geht es, bis der Gast oben ist. Die Frage ist, bis es Wind ist, oder? Das andere ist. Ja, Aber das ist etwas anderes. Wie haltest du dich fit? Eigentlich nicht. Gar nicht? Kein Sport? Null. Null. Aufs Essen geschaut? Nein, ich eisse es gerne. Alles? Du warst vielleicht mal veganer? Das habe ich auch mal eine Zeit gemacht. Das sind eben so Sachen, die ich jetzt habe. Das wäre heute sehr im Trend, aber du hast gesagt, jetzt, wo es im Trend ist, höre ich auf mit dem. Ja, das ist halt eine Art Selbstdisziplin. Ich wollte mal etwas durchziehen und habe das dann ziemlich lang durchgezogen. Was heisst, wie lange? Ich weiss es nicht mehr. Also ein paar Jahre. Also schon Jahre? Ja, ja. Okay, gut. Gibt es noch etwas, Moritz, mit deiner Lebensweisheit sechs, siebenziger Jahre, du hast so viel gesehen, du warst Bundesrat gewesen, den jungen Menschen, der da zuschaut, könntest du mit auf den Weg geben? Das ist eben schwierig. Man kann nicht generell allen jungen Leuten etwas auf den Weg geben, abgesehen davon, dass sie nur den Buckel voll lachen, so ernst nehmen sie das nicht. Was es hin und wieder gibt, dass jüngere Leute mich fragen, in jenen Berufszweig machen soll, oder irgendetwas einzeln, ein Ratschlag, das kann man schon aber allen Leuten einen Ratschlag geben. Was ich höchstens sagen kann, man kann das Leben nur kurzfristig planen. Also die langfristige Planungen, zum Beispiel wenn man mit 20 will Bundesrat werden, dann kann man vergessen, so weit raus. Erstens einmal unsere Umwelt, die Welt, andere Länder verändern sich, wer hat an Ukraine Krieg gedacht vor zwei Jahren. Und wir selber ändern das, unsere eigene Meinung. Wie viele haben in ihrer Jugend das und jenes geschworen und heute schwören das Gegenteil. Also die langfristige Planung, muss man immer sagen, es kann sich alles noch ändern. Das ist auch etwas, in der Politik eine Herausforderung finde. kann ich mir vorstellen, du sagst etwas, bist jahrelang in der Politik und dann im Alter ändert sich die Meinung. Vielleicht muss du den Stempel ein, aber kannst gar nicht mehr hinter stehen. Ich habe schon überlegt, ob ich ein Buch schreiben soll. sehe ich heute anders. Es gibt sehr viele Sachen, die ich heute anders sehe. Vor allem eigentlich weil ich ausserhalb des ganzen Betriebs bin. Da habe ich dann doch plötzlich eine andere Meinung. Kaum sieht man etwas von aussen, beurteilt man es anders, als wenn man drin ist. Darum holt man zum Beispiel einen Moderator. Es kann geschäftlich sein, wenn zwei Parteien miteinander verstritten sind. Es kann privat sein, dass man jemanden holt, der noch einen Aussenblick hat und plötzlich entkrampft von dieser Befangenheit Es gibt einige Sachen, die ich selber vorantrieben habe. Heute muss ich sagen, aus der heutigen Optik würde ich das vielleicht nicht mehr so machen, wenn ich das alles gewusst hätte. Aber das weiss man dort eben nicht. Daher ist auch die Frage, würden sie heute, wenn sie 20 wären, würden sie in die SP eintreten oder nicht? Das habe ich schon öfter gefragt. Ich habe immer sehr differenziert. Es hat keine Zeit, das auch noch zu machen. Aber wenn man später nur etwas davon rausnimmt, er ist gegen die SP gar nicht wahr, so habe ich es nicht gesagt. Ich bin heute 77 und ich bin nicht 20 und dort bin ich in einem und heute ist der Mainstream vielleicht eher richtig grün. Also weiss man nicht ob ein 20 jähriger aber ich bin gar nicht 20 jähriger. Das zeigt so, wie man es differenziert möchte darlegen und wie es dann wieder reduziert wird auf eine Polemik, die man ja gar nicht gesucht hat. Stimmt das, dass man im Alter rechter wird? Politisch? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mal gehört, dass die Leute gesagt haben, im Alter immer extremer und rechter. Es gibt solche, aber das kann man nicht im Gegenteil. Extremer kann man vielleicht sagen. Ich habe viele Bundesräte erlebt, Sozialdemokraten, die auch ihr Amt hatten, weise und überlegt und kaum sind sie ausgetreten, sind sie wieder auf die linke Seite der SP gegangen. Das heisst, die Grundüberzügig kann man dann unbefangener, vielleicht fast ein bisschen populistisch, kann man sie dann wieder darlegen, wenn man nicht mehr im Mechanismus ist. Das geht auf beide Seiten. Abschliessend, was ich vielleicht noch mitnehme, was mir geblieben ist, weil du dich so verachtest gegen diese Spass, nur eine Spassgesellschaft, ist, dass man vielleicht auch mit auf den Weg geben kann. Suchet euch schon etwas, was Spass macht, aber es soll eher Sinn machen und es ist auf dem Weg nicht immer alles vielleicht Spass. Ich will ja gar niemanden. Jemand, der Spass sucht und Spass will haben, à la Bonneur. Ich bin doch gar nicht sagen, hey, du, bist jetzt wieder verantwortungsvoll? Nein, nein, der soll das haben, es ist toll, dass er das kann. Ich kann es jetzt einfach nicht. Aber hast du nie so Frage gestellt, was müsste ich machen, damit ich Spass oder das Glück oder wie wir definieren wollen? Du hast Glück hatte ich in vielen Momente, da war ich nicht so glücklich. Jetzt weiss ich nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Hast du dich nie gefragt, was ich machen könnte, damit ich das Glück oder Spass Oder hast du einfach gesagt, nein, das ist einfach so im Leben, das ist hart. Ja, also ich bin überfordert durch diese Frage. jederfalls die Suche nach dem Fischli Weiss von den beiden grossen Künstlern die Aussage «Findet mich das Glück?» Eigentlich sagen sie vielleicht mit anderen Worten oder sagen «Ich selber kann das Glück gar nicht finden», haben sie vielleicht sagen, aber vielleicht findet einem das Glück, wenn man es gar nicht sucht und das wäre ja schön. Und mit dem Flusslevel, dein Flowlevel von 1 bis 10, du warst am Anfang bei 5, wenn es Richtung in den Ring kam. Ich habe gesagt unter 5. Unter 5? Sind wir jetzt über 5? Ja, ja. Hä? Ja, ja. Ich weiss jetzt nicht, ob es eine Lüge ist, weil diplomatisch du willst sein oder wirklich... Mal, mal, es hätte ja geflossen, oder? Eben. Ja, ja, das kann man ja... Also wir können sonst eine Umfrage machen. Das machen wir doch. Danke vielmals, bist du da gewesen, hast du die Zeit genommen, ich schätze das sehr und wünsche dir weiterhin alles Gute, Moritz. Danke vielmals.